Hallo meine Damen und Herren, willkommen zu meinem nächsten Video und heute zocken wir. Ich habe keine Ahnung, wie das Spiel heißt, aber wir zocken heute ein Game. Das Game nennt sich Minigame. Okay, wer hat jetzt geläutet? Das ist die wissige Frage jetzt. Ich glaube, ich glaube ihn, ich glaube ihn, ich glaube ihn. Er hat es richtig gesagt, ich glaube ihn hat es richtig gesagt, ich glaube er hat es richtig gesagt. Okay, hoffest du Minigas bitte? Oder bei Ihnen hier? Bei Ihnen hier? I got English please? Hallo? Die hört mich nicht. Hallo, könnt ihr bitte Englisch? Und Freunde, mir ist ein Abo und ein Like da für die nächsten Videos. Und ja, würde man sagen, geht es jetzt weiter? Geht es jetzt weiter, Freunde? Ähm, ich will eine große Frage, Freunde, wir spielen gleich weiter. Freunde, kennt ihr dieses Spiel? Dieses Spiel ist so cool, weil, dieses Spiel ist so cool, weil man kann da richtig krasse Minigames machen. Und das ist, weiß ich gerade, wir gehen in eine Runde rein. Ja, Freunde, in eine Runde gehen wir mal rein. Wow, das ist ein Flugzeug. Ein Flugzeug liegt. Junge, da liegt ein Flugzeug auf der Fahrbahn. Was bedeutet, Rande! Los! Junge, die haben, guck mal, die denken, ich bin ein Noob. Wirklich, ich bin wirklich ein Noob. Für mich bin ich ein Noob. Freunde, ein Abo und ein Like da. Und, ähm, ja, geht jetzt los. Und, ja, müssen wir wieder warten, bis die Runde losgeht. So, wenn die Runde losgeht, geht es los. Wartet? Hm, warte, wir sehen uns gleich wieder. Wenn ihr Teil 2 davon sehen wollt, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Teil 2 oder kein Teil 2. Das wird jetzt... Guck mal, da sind gerade rumgepackt. Guck mal, sitzt ihr hin? Oh, wir sind jetzt in den Flieger. Dann gibt es Mammansmai. Wir fliegen jetzt in der gestörmten Insel, Freunde. Und, äh, wir sind auf dem Dach gelandet. Cool. Hä, wir kommen jetzt runter. Ach, ich kann springen. Das kann springen. Ach, ja, was? Munitionskiste. Hä? Was denn hier? Hier ist gar nichts. Hier ist gar nichts, Freunde. Ach, hier ist eine Waffe. So. Ich bekomme keine Waffe. Hm, das ist jetzt Ersatz für Fortnite. Also, das ist jetzt Ersatz für Fortnite. Oh, oh. Wir falten dir da. Ich mach mal. Ich helfe mal den Kuppel damit. Ich helfe. Jungs, geht weg. Geh weg. Bam. Warte. Warte. Guck mal. Du lässt es da und du lässt es da und du lässt es da und. Wow, der ist da und so schnell? What? Whatever. Oh, nein. Ist der schon wieder? Hä? Guck mal. So, konzentriert. Wie kann ich konzentriert draufstehen? Komm, Freunde. Bam. Bam, bam. Jetzt geht er rein, so. Bam, bam. Ich hab, ich krieg Schaden. Freunde, das war sie mit dem Video. Das war Euro Pascal Gaming 13 und schau. Was? Vielen Dank.